Crash Prophet warnt, wer jetzt nicht verkauft, geht das Risiko seines Lebens ein. Solche und noch viel, viel mehr News, ich habe hier mal ein paar angeheftet, Finanzkrise 2.0, die Sorge vor einer Finanzkrise 2.0, Börsencrash 2022, jetzt kommt die zweite Welle an Verlusten am Aktienmarkt. Momentan hören wir viele negative News. Und jeder spricht von dem großen Crash, vor allem, ich sage jetzt auch mal, die Crash Propheten an sich sprechen vor allem davon, um teilweise auch um ihre Aktienpakete und sonstiges einfach an den Markt zu verkaufen. Trotzdem, was ist überhaupt dran an diesen großen Aktiencrash oder generell an diesen Gesamtmarktcrash, von denen immer alle reden. Ich habe lange überlegt, ob ich einfach mal so ein Video raushau, um einfach mal meine eigene Meinung so ein bisschen kundzutun. Ich habe deswegen auch hier ein bisschen ein paar News rausgesucht, einfach mal auf die Schnelle und es kann nicht aktueller sein denn je. Wir haben mit die höchsten Inflationsraten in der EU überhaupt, in den USA sind wir mittlerweile bei 8%, wir waren aber auch schon höher, könnten da den ersten Peak schon übersprungen haben. Deswegen heute mal ein etwas anderes Video, vielleicht auch mal ein bisschen zum Nachdenken, für alle, die überlegen, jetzt eventuell schon einzusteigen, in Zukunft einzusteigen. Nicht nur bei Krypto, auch bei den Aktienindizes habe ich mir überlegt, mache ich jetzt einfach mal dieses Video, um vielleicht mal ein bisschen näher darauf einzugehen. Wie hat es in der Vergangenheit möglicherweise ausgesehen? Was waren da so die Punkte, wo dann, sage ich mal, die Trendwende kam und plötzlich alles eingebrochen ist? Das schauen wir uns alles im heutigen Video an und jetzt mache ich auch die Cam an, damit ihr mich auch seht. Ich wollte nun mal einen ganz anderen Einstieg wagen, ich hoffe, es hat gepasst. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Wie gesagt, mal keine Chartanalyse, wir gehen zwar schon auf die Chartanalyse an sich mal ein, um vielleicht auch Schlussstriche aus der Vergangenheit zu sehen. Trotzdem soll es einfach mal um dieses ganze Kapitel der große Crash gehen. Und dafür habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, wie gesagt, die News jetzt einfach nicht zu überstürzen. Es ist natürlich auch Clickbaiting dabei. Ja, jetzt kommt die zweite Welle, jetzt könnt ihr verkaufen und sonstiges. Aber um den Einstieg mal zu wahren, schauen wir uns einfach mal die Inflationsdaten einerseits aus der Vergangenheit an und jetzt. Momentan haben wir eine Inflationsrate in den USA bei 8,1% oder 8,2%. Deutschland, EU 10% oder ist prognostiziert in der EU. Nur was können wir hier aus der Vergangenheit auch ein bisschen lernen? Darum soll es ja auch ein bisschen gehen. Nicht nur sagen, wir sind am Arsch, was können wir jetzt machen, alles verkaufen oder so. Oder kauft man jetzt eventuell schon nach? Da spielen viele Faktoren mit. Und wenn man es jetzt einfach mal nur so ganz normal auf Wikipedia kann man Inflationsdaten eingeben. Und einfach mal so ein bisschen die Vergangenheit so ein bisschen beruht. Ihr wisst, ich lese auch manche Bücher, habe ich auch schon teilweise in Livestreams und sowas empfohlen. Einfach mal einen Schritt in die Vergangenheit zu tun. Wie war das früher? Auch da gab es Inflationsraten. Da gab es Inflationsraten auch hier um 15 bis 17%, was wir uns momentan gar nicht vorstellen können. Natürlich können wir uns das auch nicht vorstellen, weil es meistens immer sowas von generationsübergreifend ist. Das heißt, ich sage mal, unsere Eltern und Großeltern haben das erlebt. Und für uns, ich sage jetzt mal, ich bin Mitte 20, wir sind noch nie in so eine Phase gekommen. Wir sind aufgewachsen, sage ich mal, mit Inflationsraten von 2-3%. Natürlich ist es dann für uns extrem krass, wenn wir jetzt hier Inflationsdaten von 8 bis 10 oder teilweise sogar noch höher Prozent sehen. Nicht nur bei uns in Deutschland, in der gesamten EU, in vielen aller Weltländern, weil einfach so viel Geld gedruckt wurde in den letzten Jahren, seit der Corona-Krise, aber auch davor. Im Endeffekt hat das Ganze begonnen bei der Bankenkrise, nachdem die Banken gecrashed sind. Seitdem wurde ununterbrochen Geld gedruckt und Corona hat das natürlich nochmal alles viel, viel mehr vorangetrieben. So ist natürlich auch viel, viel mehr Geld in Umlauf gekommen. Nur ist das Geld nicht unbedingt da angekommen, wo es hin sollte eventuell bei den Menschen, sondern eher bei Institutionen, in den Kapitalmarkt vor allem geflossen. Man hat es gesehen, wir kommen gleich nochmal auf die Charts zu sprechen. Die Aktienkurse sind explodiert, Krypto ist explodiert, da ist das ganze Geld hingewandert. Und wenn man da so ein bisschen auch mal aus der Vergangenheit liest, so immer diese Peaks, klar, wir hatten Inflationspeaks vor allem zum Zweiten Weltkrieg hin. Aber auch teilweise dann nach dem Ersten Weltkrieg. Vor allem Deutschland hat damals drunter gelisten, das ist wie gesagt, das ist die US-Inflationsrate, aber Deutschland vor allem. Hatten wir im Endeffekt das Gleiche, ich sage jetzt in Anführungszeichen mal Geschiss. Nach dem Ersten Weltkrieg, Reparationszahlungen vor allem an die USA, wir hatten Hyperinflation, was dann wiederum zu neuen Machtverhältnissen in Deutschland. Niemandem muss sich glaube ich erzählen, wie im Endeffekt der Zweite Weltkrieg dann zustande gekommen ist. Aber es kam immer schon vor, nur haben wir in der jetzigen Phase, unsere Generation, meine Generation oder auch vielleicht die Generation unserer Eltern, das noch nicht so mitbekommen, sage ich mal, wie das früher war. Unsere Großeltern sind im Endeffekt, man sieht es hier, oder Urgroßeltern sind vor allem jetzt auch, ich sage jetzt mal USA, aber genau das gleiche Spiel haben wir auch in Europa und sonstiges. Immer wieder neue Währungen, höhere Inflationsdaten und wir kennen das einfach nicht. Früher Gang und Gebe und auf was ich jetzt im Endeffekt hinaus will, wenn wir uns einfach mal so die Inflationsdaten anschauen. Es gab immer eins bis zwei Peaks, Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900, seht ihr ja hier, zwei Peaks. Wir hatten einmal den Peak, dann ging es etwas runter, in Anführungszeichen etwas runter, ich glaube von 18% auf 15% ist es jetzt nicht wirklich runter. Dann ging es ordentlich nach unten, es hat sich wieder alles ein bisschen eingependelt, dann kam wie gesagt der Zweite Weltkrieg, man sieht es auch hier, erst wieder alles runter, die Geldpolitik wurde zurückgefahren. Genau das gleiche, was wir im Endeffekt jetzt sehen, einigermaßen zumindest in den USA. Klar, Anleihen und sowas werden immer noch aufgekauft. Vor allem in England werden jetzt die Pensionskassen angefasst und unterstützt und aufgekauft. Ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber wir hatten immer diese Phasen, wo sich dann alles wieder ein bisschen zurückgefahren hat und dann kam eben der zweite Peak. Oder auch hier, wie gesagt, zweiter Weltkrieg, lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Aber wenn wir geschichtlich noch weiter zurückgehen. Immer wieder gab es diese zwei Peaks einfach. Und vor allem, was man hier ins Auge sticht, ist einfach dieses Jahr 1970, 1971. Was war da? Goldstandard wurde in den USA abgeschafft. Hyperinflation, oder wie mal, je nachdem Hyperinflation lässt sich auch jeder unterschiedlich sagen. Aber extrem hohe Inflationsdaten, straffache Geldpolitik und der nächste Peak kam. Natürlich, weil es den Leuten dann auch wieder schlechter ging. Aktienmärkte sind eingecrasht. Dann wurde wieder neues billiges Geld in den Umlauf gebracht. Und dann ging es jetzt im Endeffekt, grob geschätzt, die letzten 30, 40 Jahre relativ human zu. Klar, wir hatten doch mal den kleinen Peak hier. 2008, das erkennt man ganz gut. Bankenkrise. Und seitdem wird wieder Geld gedruckt. Es hat sich dann einigermaßen eingependelt. Mit zwei bis grob geschätzt vier Prozent überall. Auch bei uns in Europa. Und dann kam Corona. Und dadurch wurde dann so, so viel Geld wieder in den Markt gepumpt, dass halt die Aktienmärkte im Endeffekt explodiert sind. Klar, es gab diesen Corona-Crash. Schauen wir uns auch gleich alles nochmal an. Aber danach ging es unaufhörlich immer weiter, immer weiter hoch. Klar, weil billiges Geld am Markt war. Die Leute sind überall eingestiegen. Immobilien. Gold. Goldkurs. Genau das Gleiche. Gucken wir uns zwar nicht an, aber könnt ihr auch am Chart lesen. Krypto ist explodiert. Alles im Endeffekt in Wertanlage gesteckt. Die Leute wollten mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle. Und dann gab es, den Artikel habe ich jetzt leider nicht rausgesucht, am, ich bilde mir ein, 9. September oder November, wo wir dann den Peak getroffen haben. Schauen wir uns gleich mal an, hier oder so im Dezember rum. Und im November hat die FED gesagt, müsste ich jetzt, eventuell schneide ich den Artikel noch rein. Wenn, dann seht ihr es wahrscheinlich irgendwo da oben, wenn ich es noch reinschneide. Wir verkaufen jetzt im Endeffekt unsere ganzen Aktien. Und das war der Punkt, wo im Endeffekt hier schon fast das Top erreicht war. Oder wir hatten nochmal diesen kleinen Peak, jetzt hier als Beispiel S&P 500. Und seitdem geht es schnurstracks einfach nach unten. Ja, auf was ich im Endeffekt hinaus will. Das Geld ist halt im Endeffekt verlagert worden. Es ist trotzdem bei den Reichen geblieben. Bei den unteren Schichten ist es gar nicht angekommen. Die 10% Inflation, damit müssen wir jetzt im Endeffekt zurechtkommen. Und ich glaube auch die nächsten Monate, Wochen, Monate, Jahre, bezweifle ich jetzt erstmal. Aber die nächsten Monate werden auf jeden Fall noch happig, auch was Inflationsdaten. Wir haben es in meinem letzten Livestream angesprochen oder auch mal ein bisschen geguckt, Ölpreise und so. Die Peaks gingen alle so zwischen, ich sage jetzt mal Februar bis Mai. Das heißt, so lange werden wir wahrscheinlich auch immer noch hohe Inflationsdaten haben. Nur dann fängt das irgendwann an. Wir vergleichen immer die Preise im Jahr zurückliegend. Irgendwann wird das ganze Ding resettet. Und das heißt, wir kommen dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich oder sehr, sehr schnell vielleicht wieder in eine mögliche Deflation. Weil immer das Jahr davor gerechnet wird. Das heißt, man merkt es zwar nicht, dass die Preise gesunken sind. Also laut den Daten von denen sind sie dann natürlich gesunken. Aber eigentlich sind sie gleich geblieben. Beziehungsweise wir kriegen das sowieso nicht mit. Oder auch andere Leute. Als ob die Großunternehmen uns da irgendwas zurückgeben. Ganz ehrlich, da glaube ich selber nicht dran. Oder glaubt wahrscheinlich keiner von euch dran. Aber so ist es halt. Im Endeffekt sind es diese Zyklen. Und einfach um nochmal auf diese Zahlen hier zurückzukommen. Immer wieder das gleiche. Wir hatten hohe Inflation. Dann greift die FED oder welche Zentralbank auch immer auf der Welt immer wieder an. Und dann geht es wieder nach oben. Der nächste Schub. Weil dann wieder Geld. Die Leute werden ärmer. Wie soll es denn auch weitergehen? Wie soll das Ganze im Endeffekt funktionieren? Die Preise steigen. Löhne steigen. Und dann kommen wir irgendwann eventuell in so eine Kurve. Und dann geht der ganze Scheiß von vorne wieder los. Und jetzt einfach mal, weil ich es auch schon im letzten Video angesprochen habe. Wegen dem Häuserpreisindex. Auch hier sieht man es ganz gut. Bankenkrise hat dann so langsam angefangen. 2008. Der Häusermarkt ist komplett in sich zusammengebrochen. Und was halt jetzt sehr, sehr interessant ist. An so einem Punkt kommen wir jetzt so langsam wieder. Man sieht hier immer, so die aktuellen Sachen waren so plus, alles in plus. Plus 2,1. Plus 1,2%. Und jetzt letzten Monat, beziehungsweise im August, waren wir dann schon bei minus 0,6%. Und so langsam kippt der ganze Mist wieder. Und das ist auch der Grund, warum ich auch noch nicht davon ausgehe, dass wir den Boden noch lange nicht erreicht haben. Es kann natürlich auch passieren, dass sich Krypto in diesem Zusammenhang dann wirklich mal entkoppelt. Wir sehen eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, leichte Entkoppelung. Tiefere Tiefs in den ganz normalen US-Indizes. Höhere Tiefs im Bitcoin-Chart. Oder teilweise auch im Krypto-Chart. Ich beziehe mich jetzt aber eher mal auf Bitcoin. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal so ein bisschen so vergangenheitsmäßig anschauen, wenn es sich jetzt einfach so fortführt, kann es wirklich sein, dass der Häusermarkt komplett in sich zusammenbricht. Und auch dann wird die FED wahrscheinlich wieder gegensteuern oder sonstiges machen. Klar, die Leute, auch die Mieten da drüben explodieren teilweise. Habe ich jetzt auch nicht rausgesucht, aber könnt ihr euch gerne mal rausholen. Vielleicht haue ich es auch unten in die Videobeschreibung da noch. Aber auch das nimmt momentan zu. Klar, die Leute müssen ihre Kredite bedienen. Die Inflation wird teurer. Und das hat dann wiederum auf den Häusermarkt wieder. Und genau den gleichen Scheiß hatten wir im Endeffekt im Jahre 2008 bis ins Jahr, grob geschätzt, 2010, 2011. Bevor es dann wieder deutlich nach oben ging. Und das waren dann im Endeffekt die Auswirkungen aufgrund dieser sukzessiven Geldpolitik, in dem immer mehr Geld gedruckt wurde und immer mehr in den Markt. Und vor allem, interessanterweise, man sieht es hier genau, wir hatten auch hier einen verlustreichen Monat, sage ich jetzt mal, was den Hauspreisindex anbelangt. Und danach ging es einfach nur noch steil nach oben. Also es ist deutlich angestiegen. Klar, weil ich, wie ich am Anfang erwähnt habe, das Geld einfach in solche Assets reingeflossen ist. Gold, Immobilien, Krypto. Und genau das sehen wir jetzt auch. Und jetzt haben wir, wie gesagt, den ersten Monat, der mal negativ war, rückwirkend im Juli. Und da ist jetzt die Frage, wie geht es weiter. Sollte sich das weiter hier verschärfen, kann dieser Immobilienmarkt natürlich auch komplett crashen. Und das könnte dann natürlich auch zu diesem Crash, der hier überall, um jetzt nochmal auf die News hier zurückzukommen, sich natürlich auch wiederholen. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt mal ganz kurz in die Charts reingucken, um einfach mal vielleicht möglicherweise so ein paar Dinge aus der Vergangenheit zu sehen. Vielleicht, es gibt dieses geile GIF oder dieses kleine Video, vielleicht finde ich das auch noch, muss ich mal gucken, bis das Video hochgeladen wird. Und wo man immer wieder sagt, ja, jeder sagt, der mag Crash. Wir hatten hier einen Crash, hier Crash, 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 Crash. Und im Endeffekt ist es immer nach oben gehören, klar, weil weiterhin die Leute rein investieren. Crash gehören dazu. Das soll ja auch keine Riesenabschreckung sein, dass es jetzt das Ende von allen ist. Das sollte überhaupt nicht sein. Ich will einfach nur jetzt ein bisschen mal auf die Vergangenheit eingehen, wie wir daraus vielleicht möglicherweise Schlussfolgen könnten. Beispiel S&P 500. Wir waren damals bei 1800 Punkten. Hatten dann diese enorme Rallye mit einem kurzen Zwischentief. Und dann kam im Endeffekt Corona. Corona-Crash komplett radikal nach unten. Und Vergleiche werden zu hier wiederum gezogen. Wir sind hier klar in einem Downtrend. Nur als Crash würde ich das auch noch nicht wirklich bezeichnen. Interessanterweise sind wir damals nicht am Golden Pocket Support gefunden, sondern erst so in Richtung des 0786ers. Und von dem Punkt aus haben wir einfach noch deutlich, deutlich Luft nach unten. Müssen wir einfach so sagen. Da wären nochmal diese 20% Crash. Und die könnten sich über die nächsten Wochen, Monate, vielleicht bis Mitte des nächsten Jahres, bis sich dann diese Inflation, die sich auf das Jahr zuvor bezieht, einfach bis dahin noch ziehen. Es kann schnell kommen, es kann aber auch sich ewig hinziehen. Aber wir wären dann bei einem rasanten Crash von insgesamt 41%. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Vergangenheit an. Corona, 35%. Dann schauen wir uns doch einfach mal das Jahr 2008 an, wo diese Bankenkrise war. Da ging es auch nicht von heute auf morgen im Endeffekt runter, sondern es hat sich hingezogen. Die Krise hat sich angedeutet. Wir sind hier 58% gecrashed. Also warum soll das nicht auch hier beziehen? Und das ist auch der Grund, warum ich zwar die Sparpläne im Endeffekt laufen lasse, um jetzt mal da ein bisschen Einblick in mein System zu geben, aber auch ganz ehrlich ein bisschen zurückgeschraubt habe. Einfach, klar, es wird. Ich werde da auf jeden Fall auch wieder aufstocken, früher oder später. Aber man sollte alle Dinge in Betracht lassen. Und Korrekturen, auch im S&P 500, weil es immer sagt, ja, so volatil sind ja Aktienindizes nicht. Und Krypto ist ja das Volatile. Haben wir immer wieder in der Vergangenheit. Immer wieder hatten wir crashed zwischen 30, 40 oder sogar 50% damals in der Bankenkrise. Aber es ging nicht von heute auf morgen. Das hat sich hier über Monate. Im 17. Oktober war so der Peak hier 2007. Und es hat sich gezogen bis zum 11. März 2009. Es heißt nicht, dass es sofort crashen muss. Es kann sich auch über Monate ziehen. Und dann hat so langsam dieses Rettungspaket von den Banken gezogen. Mehr und mehr Geld wurde gedrückt. Der Trend hat eingesetzt. Ein bullischer Trend, der sich dann über Jahre im Endeffekt verfestigt hatte. Und dann irgendwann mal hier 2018 zum ersten kleineren Crash geführt hat. Auch hier können wir uns mal ganz kurz angucken. Waren es auch 20%. So 20% gehört einfach auch in solchen Indizes einfach dazu. Der Trend hat auch hier gehalten. Nur während Corona ist er dann mal gebrochen. So, grundsätzlich absoluter Abtrend. Korrekturen gehören dazu. Nur auf was ich im Endeffekt hinaus will. Warum ich auch dieses Video mache. Der Crash, denke ich, wie jeder sagt, dass das so radikal kommt. Ja, wir kriegen jetzt hier einen 50% Crash auf jeden Fall noch. Das kann sich ziehen über Monate. Bis sich vielleicht die ganze Inflation und das alles wieder geändert hat. Aber ich glaube auch noch, dass wir deutlich, deutlich tiefer gehen. Aber ich glaube danach auch, dass die Geldpolitik auf jeden Fall wieder weiter geht. Um den Häusermarkt wieder aufzubauen. Um die Indizes wieder aufzubauen. Um sonstiges alles aufzubauen. Einfach nochmal hier das Verinnerlichen. Wir hatten immer zwei Peaks. Teilweise sogar höher. Also wir hatten hier, klar, war der zweite Peak ein bisschen niedriger. Aber sonst war der zweite sogar nochmal höher. Klar, weil alles teurer wird. Die Leute brauchen mehr Geld zum Leben. Und das könnte uns im Endeffekt auch noch drohen. Ja, schauen wir uns dann auch mal den Nasdaq an. Im Endeffekt auch hier hatten wir auch schon mal den Chart das gleiche Spiel. Wir sind damals auch bis zum 0786er gefallen. 2019, ja doch 2019 bei Corona 2020, sorry. Auch hier 31%. Jetzt blicken wir auch mal hier ins Jahr 2008 zurück. Sieht man gar nicht mehr so, dass das so ein riesen Crash war. Aber auch hier gucken wir uns mal ganz kurz an. So vom Höchstpunkt ungefähr waren wir auch bei 50% Korrektur. So, jetzt ziehen wir uns auch mal hier mal aus Spaß einfach runter. Bis zu unserem 0786er, dann wären wir auch schon bei den 50%. Nur beim Nasdaq sind wir bei diesen 50% schon ordentlich nahegekommen. Deswegen, für mich, wenn ich mir jetzt so im Endeffekt die Vergangenheit anschaue. Das ist jetzt im Endeffekt einfach mal so ein Video, wo mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, dass ich es einfach machen wollte, um einfach mal so ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen. Es spiegelt sich wie 2008 relativ viel wider. Wir haben den Häusermarktpreisindex, der jetzt langsam die Richtung angibt. Inflation, klar, hat 2008 nicht so unbedingt mitgespielt. Da ging es eher um Bankenrettung und sonstiges. Aber ansonsten immer weiter zurück, auch in die Jahre davor, wo wir immer diese Inflationspeak hatten. Klar, es gab dann die Crash mit Inflationsdaten. Dann wurde die Geldpolitik deutlich, deutlich angeschraubt, so wie es jetzt auch ist. Und dann kam der zweite Peak, weil im Endeffekt alles scheiße war. Und das hat man dann bei der Entkopplung von Gold. Es wurde immer mehr Fiat-Geld gedruckt. Und genau das Gleiche kann ich mir im Endeffekt auch vorstellen. Das wir wahrscheinlich dann wieder sogar höhere hoch sehen, aber trotzdem die Inflation dann irgendwann wieder steigen wird. Klar, wir haben keinen Einfluss auf China, Taiwan und sowas, auch wenn ich jetzt ganz ehrlich von dem China-Thema momentan ein bisschen Abstand nehme. Auch hier, klar, man hat dieses China-Taiwan-Thema und sowas. Trotzdem kann ich mir eine riesige Eskalationsstufe da ehrlich gesagt erst einmal nicht vorstellen. Aber klar, das hat natürlich auch Auswirkungen, kann sich auf den Chart, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Es geht mir jetzt rein um diese Geldpolitik, die früher war, Hauspreisindex und die Inflation einfach. Und deswegen, wie gesagt, mein Ding einfach so die nächsten Wochen, Monate, ich akkumuliere weiter. Auch Krypto. Krypto im Endeffekt, klar, ist noch jung. Es gibt noch nicht so lange Krypto. Aber auch hier haben wir noch deutliches Abwärtspotenzial. Müssen wir auch ganz ehrlich dazu sagen. Und wenn ein Nasdaq oder S&P auch nochmal 20% runter macht, dann sehen wir auch Bitcoin nochmal in dem Bereich der, ich sage jetzt mal, 10.000 bis 13.000 US-Dollar. Das wäre auch nochmal ein ordentlicher Crash von jetzigen Kursen aus. Wären wir auch bei 38%. Aber was sind 38%, wenn S&P 500 auch nochmal 20, 25% runter geht? Dann werden wir auf jeden Fall wieder solche Kursen. Und deswegen versuche ich auch, klar, auch hier laufen die Sparpläne weiter. Trotzdem passe ich auch hier im Endeffekt meine Sparpläne an oder versuche momentan eher mehr Cash aufzubauen, als das Ganze in Aktien reinzupacken oder sonstiges. Weil für mich auch der Boden noch nicht richtig erreicht ist. Klar, die Sachen der Fett zeigen Wirkung. Nur irgendwann wird es auf die Leute umspringen. Alles steigt. Dann crasht vielleicht noch der Häusermarkt. Wobei ich aber auch dazu zum Häusermarkt sagen muss, ich glaube jetzt nicht, dass wir das gleiche in der EU und sowas sehen. Aufgrund Einwanderung und sonstiges und sowas werden wir vielleicht das vor allem in Deutschland nicht unbedingt sehen. Da geht meine Meinung zumindest ein bisschen auseinander. Aber in den USA sieht man eindeutige Zeichen einer Abkühlung. Und sobald es mehr und mehr Fahrt aufnimmt, werden wir auch hier diese größeren Crashes auf jeden Fall sehen. Ja, ich hoffe, ihr konntet trotzdem was. Das Video war jetzt einfach mal, weil es waren so einfach so meine Gedanken. Ist jetzt auch knapp 20 Minuten lang geworden. Aber es waren jetzt einfach mal so meine Gedanken so mit Sicht auf die Vergangenheit, weil wir da doch nie so wirklich drauf eingegangen sind. Aufgrund Inflationsdaten oder der Geldpolitik. Vielleicht schneide ich auch ab und zu noch ein paar Sachen ins Video rein. Aber einfach mal ein bisschen aus der Vergangenheit zu lernen. Schadet glaube ich überhaupt nicht. Einfach um auch mal so seinen Weitblick im Endeffekt, was könnte passieren die nächsten Jahre. Klar, das sind natürlich alles nur Vermutungen, die ich jetzt hier auch im Endeffekt anstelle. Aber wie sagt man immer so schön, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und den Satz finde ich eigentlich ganz passend dazu. Man sollte aus der Vergangenheit lernen, wie war da die Geldzinspolitik, was für Auswirkungen hat es gehabt, wie waren die Inflationsdaten, was wurde dagegen unternommen im Endeffekt. Und dann das vielleicht in die heutige Zeit dazu tun. Uns ging es vielleicht, ich habe gestern erst ein Gespräch gehabt mit einer älteren Dame, sage ich jetzt einfach mal. Und die hat auch gesagt, uns ging es die letzten 40 Jahre wahrscheinlich einfach zu gut. Und das spiegelt auch im Endeffekt hier diese Inflationskurve. Ist zwar jetzt nur USA, aber das kann man genauso auch auf EU teilweise beziehen. Uns ging es die letzten 30, 40 Jahre einfach zu gut. Der Satz sei einfach mal so dahingestellt, aber verinhaltet mich einfach mal. Ich musste einfach ein bisschen schmunzeln. Einfach aus dem Aspekt darauf, weil es stimmt. Die ältere Generation hat einfach viel, viel mehr miterlebt. Auch mit Inflation und alles. Also warum sollten wir uns nicht auch mal ein bisschen darauf vorbereiten? Jetzt nicht, um solche Artikel hier zu lesen. Davon würde ich absolut einfach Abstand nehmen. Lest den Scheiß im Endeffekt nicht, es verunsichert euch nur. Aber schaut euch im Endeffekt die Vergangenheit an. Lernt vielleicht daraus. Geht vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe, weil das Video ist jetzt echt ein bisschen oberflächlich, sage ich jetzt einfach mal. Aber geht vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Schaut euch das an. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Könnt trotzdem gerne ein Like da lassen. Ist jetzt einfach mal so meine Sichtweise, weil es einfach momentan wirklich extrem, extrem zunimmt. Und die News, Inflation, man merkt es auch in den Gruppen, man merkt es außerhalb, man merkt es bei den Leuten. Und dann verinnert euch diesen Chart, verinnert euch den Satz, verinnert euch den Satz, den letzten 30, 40 Jahren ging es uns vielleicht zu gut, damit wir jetzt damit klarkommen mit Energiekrise und Sonstiges. Die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und damit würde ich sagen, beende ich das Video. Wir sehen uns. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Mein Name ist Manu und wir hören uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Stay Crypto. Abonniert den Kanal. st